Musik 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 Hallo und Herzen, ich spüren auf uns 299 Leute, in Landwirtschaftsgrund also CTF, in der Ferne, wir sehen uns und ich bin in der Welt Hallo Hallo Ja, dann haben wir die 2G und sie sitzt gerade auf dem Ding also am Kilo rauskennen und ich nach ihr weilen schön, die die Ich dachte, du wolltest einen Anhänger einbringen Ja, wenn der Mann voll ist Ich sag dir, du musst mir immer sagen, wenn der voll ist Der ist voll Der ist jetzt voll Ja, ist auf jeden Fall Ich mach mal kurz die 3G Nee, der Lamborghini ist noch gar nicht fertig So? Nein So, was macht der? Keine Ahnung Der überseht das einfach So, was? Was ist das? Tatsächlich Der überseht das Hat? Ja, meine ich ja Das sieht jetzt erstmal krass Wo? Hier Weltfunk U240 Das sieht da jetzt krass Ich hab's wahrscheinlich auf alle beiden mit Und dann hält der an Und dann hält der an Langsam ist nicht müde Oh, ich auch Ne, da schubst die einfach weg Was? Was? Die Ballen? Ja Los Obwohl Ne, er liegt jetzt einfach weg Ne Ne Was macht der? Er hat doch auch... Er ist doch auch... Er ist doch... Er ist doch... Er ist doch... Er hat doch... Er hat doch... Er hat doch eine mitgenommen So, jetzt mach ich Fisch... Fischfutter sag ich schon Äh, du kannst kurz mit nem Lambo gehen Äh, Ballensammelwagen holen Ja, mach ich Und hier... Wo wir grad ziehen wollen Ähm... Die Sähmaschine ist bereits abgehängt Ähm... Ähm... Die hat doch noch gar nicht gesehen Doch, ein bisschen Ne Doch, das ist da außen Hier wo ich gerade rauf war Das hat er gesehen Achso... Ja, da... Äh... Ja... Es gibt nur ein Problem Ja... Hier sind noch Ballen drauf Loll Was für Ballen sind denn da noch drauf? Ach, die die sich fischgebackt haben, ne? Ja... Die holen sich da runter Ah, ich hab's Eine hab ich gleich Hast du hier alles gekült? Äh... Ne, aber der ist leer Dann füll ihn wieder Ja, warte doch eben Mach gerade eine Sache So... So... So, jetzt haben wir mehrere Ballen wieder Ja... Da sind ja drei drauf Da sind ja auch drei, die legen da so Da aufpassen So... 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 Jetzt halt das so funktionieren Haben sie nicht Und... Mies... Da bin ich an einer vorbeigefahren Um... Du hast doch bestimmt was gehört Ja... Ja... Wie viele Minuten haben wir denn schon? Oder... Wir... Wir... Wir sind um 24 angefahren... Ne... Um 35 angefahren Ja... Und jetzt ist... 39 Also 5 Minuten So... 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 Ich bring die auch wieder dahin Also... Ich bring die hinterm Schuppen Wieder Ja... Also... Aber dir ist bewusst, dass du hier auch noch Ballen aufsammeln musst Äh... Okay... Dann komm ich Und ich schubst den Träscher kurz an vielleicht wieder dann vorwärts Du musst ihn doch entleeren Er ist entleert So... Wäre der gar nicht? Doch doch jetzt schon Und ich schubst ihn an Das ist ein anderes Ja... Genau... Und... So... So... Dann... So... 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 um in der Nähe äh vielleicht ist er auch schade ich dachte es ist egal wenn du dann an die das ist jetzt ein Niederlässe ein Sprengen dann fertig ist und dann die da auch noch eingeht das sei geil als er jetzt haben wir aber genug Beinhalter Hohoho ja ja das gibt wirklich viel ich habe jetzt 16 beladen eigentlich dieser muss gedüngt werden muss auch gar nicht es gibt nur Strohverweite ja dann auch wieder lol was macht der denn wie doch ich glaube wir brauchen für den Radlader auch noch eine Gabel dafür er weil der Stapel so riesig ist und da passt der große nicht dran um ja und dann hängen wieder welche drauf ich hätte schneller wegfahren sollen ja 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 nachgeliehen da jetzt eh so sehr egal da mache ich jetzt Mischfutter der Mischfutter da ist das Gewicht hingestellt ja der Zitter da liegen drei Ballen kann ich da rein also ich mich jetzt Stroh und ähm soll dann Stroh sein Hast du bestreut? Weil sie mich ja gerade an den Angriff schrieben Eng als voll Weil weißt du, wenn du den äh, wenn du die Wings weg hast, warte Schlimm kann die Gruppe noch mit Oh, schon kurz eben Ach, der ist so Ich geh kurz auf Twitch Weil einer mir das geschrieben hast, dass ich da mal drauf finden soll Das kannst du auch nachfolge machen Ja, mach es auch Ich glaub, du fährst zur Transbauförmer, oder? Kann nicht machen Alte Pernmucks Geh mal aus deinem Trecker raus Weißt du, würde nicht angenommen, ist mir egal Geh mal aus deinem Trecker raus nachvollziehen Weißen müssen das Silasches Silo leer kriegen, damit wir hier wieder reinfüllen können Nein, deswegen deshalb auch noch mit zwei mischungen hier liegen so viele heute ich 2 oder ist das so dass man das aber ich muss sagen die physik von fallen ist stark wie einfach die man jetzt nehmen kann das wird das hätte ich beim 13er nie glaubt hätte ich mir nicht mehr geträumt danach beim normalen so bei links bei großen damit schwamm machen wir es dann so dass wir da zwei waren heu und dann weiß ich die lasche ja alter das volk hoch soll wortel kreischen gesteckt 8 ja weil er schneller ist man bin schneller da ein jetzt nicht ja es tut mir leid er er der fette gerade so richtig lahm hoch ich bin schon voll schlafen ja warte ich habe ihn gleich weil ich krieg das was noch drin ist noch in einer Schaufel rein ich glaube ich hätte ein Gewicht mitnehmen sollen haben sie noch ein Gewicht vorbeibringen ich bin nämlich so nahm ich war nur 18 da ist doch egal ja das Silo ist leer Füllstand 1 willst du mich verarschen? wer 1 wir haben doch 1 im Silo eine Silageeinheit 1 kg und ich krieg das nicht raus nein wenn ein Dings drin ist dann kannst du das so reinkippen ne das geht nur wenn es 100% ist dann das ist 1% nein ok wo bist du? lol das ist richtig schön dass du es geschafft hast hier was ich? mhm ja tut mir leid ich stell ab so und dann ich gebe schon Vollgas ne der gibt kein Gas und dann und dann fahre ich schon und dann fällt der voll auf mich das ist ja 25.000 was zuerst direkt Tatsache es geht habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt weil er hat ja nee haha Füllstand 4% Prozent also ich habe noch eine Schaufel und ich hoffe mit Schwer und mehr wird es reicht ich habe jetzt die Hälfte des Weges geschafft so jetzt geht es wenigstens bergab jetzt war ich 64 und reifte von der Straße ab Alter 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 echt jetzt Backsteine in den Lambo dann in den Lambo und dann komm mal zu mir guck mal Loll war was ist hier im Back komm doch zu mir über mir über mir guck doch mal rum war gut oder ich verstehe nicht was du meinst hey das ist so ein Fall nein äh bei dir dann eben nicht bei mir aber oder ich war einfach zu dumm um es zu sehen was ich allerdings nicht glaube und ich wirfte schon wieder von der Straße ab ich bin ja eh da 27.000 und ich mach noch eins voll das heißt wir haben nachher 50.000 es reicht bis wir wieder die Leute zu retten zu retten zu retten zu retten zu retten zu retten noch ein Erfolg bringe ich hier hin so jetzt guck mal wie wie viel du kriegst ja hab's mir gemerkt äh kurz ausrechnen 26.400 also nicht so viel für 30.000 jetzt haben wir 45.000 dafür können wir schon ein Schneidewerk holen ne wir brauchen 45.000 irgendwas im Angebot ne warte bitte eben die brauchen gute Miriwahn 6 Zuschauer alter ich weiß immer noch jetzt ja kann ich machen ja kann ich machen also 3 Minuten packst du schon nochmal das ist nur noch irgendwie 3 Ballen zusammenkröpfen irgendwo ah wir haben 2 Grasballen das reicht schon noch das reicht schon noch das ist nur noch 3 Ballen zusammenkröpfen irgendwo also sogar 3 Grasballen ey Junge das wäre geil wenn es hier wenn wir hier BOT spielen würden auf so einer Karte wo würdest du dich dann verstecken ich im Wald oder wenn es so bei World of Tranks so ne Karte gäbe wo alles nur ein Wald ist was was so scheiße oder das ich hätte vor ein bisschen heavy du kannst gar nichts machen nee oder medium wenn schon neue leichte leichte und ja mit seiner großen Kanone so rein wir teilen mit der 7.50er Kanone wow boah oder ein Light Tank mit einem übelsten Camo nein es wäre noch besser so in 1390 wir können die theoretischen TD ohne da blind ist übelst vorne weg fahren also ja es ist egal eigentlich sollten wir auch über LS reden nicht über WLT weil ich denke mal nicht alle Zuschauer die jetzt hier interessieren sich für WLT genau ja so was ich eigentlich nicht mache was WLT so ist es 20 nach ich sage tschü und mag aber ich nicht also ich glaube ich bin bei der wir sind bei der Folge 25 schätze ich schätze ich eine Ahnung haben wir vor zwei Folgen schon gesagt ja schrecklich nachher merken beim rennen dann es dauert sich auch noch eine Stunde bis ich alle Videos äh weil ich vermisst bin das ist irgendwie nicht weiß ich warum ich hab's auch ausgestellt äh bis ich die alle zusammengesucht habe ooooh das wird dauernd und dann ein falscher äh split und dann alles der Rest alles äh nicht richtig und dann man halt schon ich weiß dass wir noch viel Konfirmationen haben so wir haben jetzt keine Dinage mehr bist du schon wieder zurück? äh ja gleich ich weiß nicht ob wir noch eine Folge aufnehmen mal gucken ich weiß nur dass ich nicht voll bin mal gucken wo das macht ist ich hätte dann sicherlich die Frittermenge reicht für 6 Tage sie brauchen nicht mehr zu kippen ja wird ja noch so behindert weil ich bin zurück warte noch ich bin ich bin ich bin ich bin die das 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 ja ich denke ich werde doch die Zeit nicht mehr hoch stellen bis wir alles gerechnet haben ja das ist so geil Du musst einfach nur aussteigen, der Skelle verspült sich von selber. Ich weiß nicht. Also, wenn wir dann nicht wirklich herzlich viel zuschauen, das hat euch gefallen und in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.